Wollt ihr noch mehr? Ok, dann gibt es noch eine Zugabe und zwar eine ganz besondere denn wir hören heute beim Schlagerboom zum allerersten Mal die ganz neue Albumversion von Warum hast du nicht Nein gesagt? Roland Kaiser und Malte Kelly! Du solltest nicht allein auf ne Party gehen Du solltest nicht so nah bei mir stehen Du solltest nicht, ich sollte nicht Wir wünschen, dass wir beide alleine sind Du solltest nicht so weichlich im Takt umdrehen und mir dabei so heiß in die Augen sehen Du solltest nicht, ich sollte nicht Wir beide sollten und sollten uns nicht so wollen Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir Mit einem Hauch von fast nichts an Wer wollt' dich nicht verfühlen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum hast du nicht Nein gesagt? Die Schatten, die verdacht Wir brannten so voll Leidenschaft Jetzt sind wir aufgewacht Ich sollte dich nicht mit all meinen Sinn begehren Als ob wir nicht schon beide vergeben wären Ich sollte nicht, du solltest nicht Und bewegen wir beide heimlich hier Deine Blicke sagen alles Deine Lippen machen unsüchtig nach mehr Halt mich fest Halt mich fest und frage mich nochmal Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir Mit einem Hauch von fast nichts an Er wollt' dich nicht verfühlen Warum hast du nicht Nein gesagt? Die Schatten, die verdacht Wir brannten so voll Leidenschaft Jetzt sind wir nachgewacht Deine Lippen sagen alles Deine Lippen machen unsüchtig nach mehr Halt mich fest und frage mich Halt mich fest und frage mich Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir Mit einem Hauch von fast nichts an Er wollt' dich nicht verfühlen Warum hast du nicht Nein gesagt? Die Schatten, die verdacht Die brannten so voll Leidenschaft Jetzt sind wir nachgewacht Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja Ja Sehr schön Malte Kelly Die Schatten, die verdacht Die Schatten, die verdacht Die Schatten, die verdacht Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja Jede Richtig Vielen Dank Ronald Kaiser und Malte Kelly Und jetzt meine Damen und Herren geht es hier Schlag auf Schlag Schlag auf Schlag Vielen Dank.